gewinn punktzahl vorgeben 30 punkte habe ich mehr als die es auch krass immer wieder diese porno mucke meine schuhe die brauche auf jeden fall nein 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 er kriegt es verflucht scheiße der trotzdem noch ziemlich viele bekommen ich kann es eigentlich sein dass immer eine so ähnlich gut ist dass sie sich nicht mal so die führung teilen kommt noch mehr kisten für dennis oder füße schuhe jetzt glaubt ja er glaubt mir wirklich alles dieser fette scheiß ekelhafte koala wixer meine fressen kleinen scheiß gefühl mein gott nein warum oh mein gott habe ich viel ich muss sie sichern ich muss die punkte sichern 24 ok 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 es war gut dass ich ihn getroffen habe scheiß koala jetzt noch mal 19 ich glaube ich noch einen eigentlich wohl ist aber erst mal wie geil ist das denn und ja ich sogar mit abstand heidewitz geil